Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Spieletest, The Binding of Isaac. Ein Kumpel von mir hat mich darum gebeten, ist einfach zu gelübts Let's Playen und ich glaube wir starten direkt mal. Start. Start. Worum es in diesem Spiel geht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Jane, Kane, Judas, Eve, Samson. Nehmen wir Isaac, ja. Können wir mal nur nehmen. Die Steuerung, A, S, D, W, Pfeiltasten, okay. Eine Bombe legen, Shift oder E, ein Item, die Entertaste, okay. Nicht die Entertaste, sondern die Leertaste. Versuchen uns mal zu bewegen. Okay, das funktioniert schon mal. Sieht aus wie ein kleiner Junge, der im Heulen ist, nicht? Ich kann schießen, was auch immer das sein mag. Welche Tür geben wir? Links oder rechts? Rechts. Hier oben ist auch eine Anzeige. Null, was auch immer das sein mag. Eine Bombe und Schlüssel und drei geben. Okay, gehen wir mal da rein. Ah, na. So. Das ist ein Scheißhaufen, okay. Ah, Geld. Oh, noch mehr Geld. Yay. Kann man da durch? Ich glaube nicht. Das Ding hat... Ne, da gehen wir lieber mal dicht durch. Okay, laufen wir hier weiter. Tönen. Was ist das? Ah. Hey, drauf. Was sind das für Viecher? Ah. Ah. Scheiße, 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 scheiße. Wow. Was sind das für Viecher? Zombies? Oh, ey. Und hier solche Scheißhaufen. Oh, je, mini, ey. Was ist das für ein Spiel, was er mir gezeigt hat? Kann ich mir jetzt eine Tür aussuchen, oder was? Nehmen wir die Goldene. Was ist das? Sieht aus wie so ein Papsthut. Yay. Okay. Was bringt uns das? Schutzgottes. Isaac vs. Larry Jr., okay. Mal gucken, was das... Ah. 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 Was ist das denn? Hilfe. Hilfe. Ah. 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 Verpiss dich. Okay, Leute. Ich musste gerade was kurz wegschneiden, weil meine Mutter reinkam. In der Zwischenzeit habe ich eine Bombe aus Versehen gelegt und jetzt muss ich dieses Viech weiter töten. Hä? Scheiße. Ah. Ah. Gott, das ist doch schwer. Ah. Nein. Ah. Nee, ey. Stirb. Stirb. Oh nein. Replay. Oh, das ist doch schwer, ey. Und das ist gerade das erste Level. Okay. wirklich nein 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 stirbt doch wegen so einem fisch habe ich jetzt schon anderthalb leben verloren ist das jetzt schon wieder ein großer bobby ok was bringt uns das ich habe wirklich keine ahnung das fiege folgt uns ja wieso treffe ich denn ich bin gleich wieder tot ich bin so nur stirbt doch bitte ok jetzt gehen wir das spiel mit ein bisschen taktik vor weiter kann man wirklich nicht schießen ich habe ein halbes leben was bringt dieses fisch hinter mir ich weiß es nicht immer weiter und schlüssel ich frage mich ich habe es nicht gerade eine große hausdauer das ist ja echt abartig naja ja komm ha 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 lauf weg als lauf auf wo wobe wobei übertreib noch nicht wo wo das ist echt knapp Ein glück sei es echt so schnell. Oh man, nein. Weplay. Oh, das klappt ja echt gut beim ersten Let's Play. Warte, ich hab da auch einen Schlüssel. Und wie setzt man das ein? Ah, ich hab keine Schlüssel mehr. Ah, wenn man verliert, hat man keinen Schlüssel mehr. Oh nein. Ich darf nicht schon wieder... Oh man, ich darf nicht schon wieder alles verlieren. Oh, ich hab nur Wormer gesetzt. Oh nein, ey. Ich hab schon wieder neben verloren. TNT. Das war klug. Oh ja, das ist super. Jetzt hab ich das Vieh nur rausgelockt. Oh, bumm. Yay. Weiter geht's. Ah. Sollen wir jetzt damit machen und das Feuer legen, oder wie? Wow, was war das denn? Wo kam das her? Aus dem Feuer? Oh je, Mini, ey. Wo ist dieses Ding da? Schieben wir es mal ins Feuer. Okay, das funktioniert nicht. Und ich hab schon wieder nur ein halbes Leben. Teleportum, was bringt mir das? Woran bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Na, Fliege. Wirklich? Okay, replay. Ich bin so echt, ich, 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 ah nein, ich muss das Spiel echt üben. Ich spiel das grad zum ersten Mal. Und ihr müsst mich auch verstehen. Gehen wir wieder in den anderen Raum. Loll. Okay. Okay. Hier unten lang. Oh nein. Verpisst euch doch. Wirklich? Ohne Kopf laufen die Dinger rum. Was seid ihr, Zombies? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich spritze nicht so viel Blut. Oh, das Kind, was ich grad spiele, das sieht echt so verstört aus. Und wenn es danach rauskommt, du brauchst ja echt einen... Oh nein, Psychologen. Verpisst euch. Oh, ich hab schon wieder nur andere Höhle kleben. Wow. Keine Bombe legen. Wirklich? Ich hab ein Leben wegen meiner eigenen Bombe verloren. Oh. Egal, gehen wir weiter. Immer wenn ich zum Endgegner gehe, hab ich nur ein halbes Leben. Wow. Nein, das Fisch spuckt gleich Leben, oder? Oh, irgendwie, nee. Lauf, lauf doch, lauf. Ah, man lauft doch. Hilfe. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Oh, Mann. Komm, noch einmal. Ich hab das Video nicht allzu lang. Werden lassen, dann dauert das Rändern ewig. Wow, 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 wow. Wirklich? Oh, das krieg auch nur ich hin. Ach, das Viech wirft Bomben. Äh. Ich glaub, das war's dann für heute. Ich muss, also, falls ihr es wollt, dass ich das Spiel weiter let's playe, schreibt's mir bitte in die Comments und gebt eine gute Wertung ab, auch wenn ich so mies in dem Spiel war. Aber, ich spiel's zum ersten Mal und das ist echt schwer. Ja. Ja. Falls ihr wollt, dass ich jetzt nochmal spiele, ja, dann übe ich auch vorher. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.